. 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 Können Sie mich haben? . . . . . . . . . Dann hat mir jemand auf den Kopf gehauen. Würden Sie den Täter wiedererkennen? Nee, das ging alles viel zu schnell. Können Sie sich vielleicht noch an das Auto erinnern? Wissen Sie vielleicht das Kennzeichen? Das war auf jeden Fall aus unserer Stadt. Und die letzten Ziffern waren eine 4 und eine 3. Farbe und Typ? Mercedes, dunkelgrau. Wunderbar. Waren irgendwelche Auffälligkeiten an dem Fahrzeug? Vielleicht Beulen oder Aufkleber? Nein. Nein, überhaupt nicht. Dann versuchen wir jetzt das genaue Kennzeichen zu ermitteln. Ich kümmere mich drum. Was ist mit der entführten Frau? Können Sie die beschreiben? Die war blond, lange blonde Haare. Und so zwischen 25 und 30 Jahre alt. Das ist ja schon mal was. Dann können Sie uns sicher auch helfen, ein Phantombild von der Dame anzufertigen. Ja, denke ich schon. Gut. Sind Ihnen vielleicht an der Frau irgendwelche Besonderheiten aufgefallen? Ja. Die hatte eine Arbeitskleidung an und das war ein beiger Kittel mit einem Logo. Das war ein roter Apfel, dieses Logo. Ein Kittel mit einem roten Apfel? Ja. Damit kriegen wir doch bestimmt raus, wo die arbeitet. Ja, das ist meine Kollegin Yvonne Graul. Sie ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Wir konnten sie den ganzen Tag nicht erreichen. Sie arbeitet auch als Kassiererin hier. Ist hier was passiert? Wir müssen im Augenblick davon ausgehen, dass sie entführt wurde. Gott, ihr Arme. Von wem denn? Ja, das wissen wir nicht. Und deswegen müssen wir möglichst viel über sie in Erfahrung bringen. Wie lange arbeitet sie denn schon hier? Seit circa zwei Jahren. Aber das ist eigentlich ihre letzte Woche hier. Wieso? Wurde sie entlassen? Nein, sie hat von sich aus gekündigt. Wissen Sie wieso? Sie ist schwanger. Und zwar im fünften Monat. Im fünften Monat? Hört sie schon auf zu arbeiten? Ist ja ungewöhnlich. Hat sie gesagt, warum? Ich weiß nicht. Sie hat nur gesagt, sie möchte nicht mehr arbeiten. Hat sie vielleicht in der letzten Zeit irgendwas von besonderen Vorkommnissen erzählt? Oder ist Ihnen irgendwas Ungewöhnliches an ihr aufgefallen? Doch. Doch. Jetzt fällt mir ein letzte Woche war ein Typ draußen. Der hat Yvonne beobachtet und fotografiert. Als sie ihn darauf ansprechen wollte, ist er abgehauen. Kannst du die Yvonne beschreiben? Nein, nicht wirklich. Aber ich hatte eine dunkle Brille und einen Käppi auf. Alles klar? Mann, spinnst du? Was ist los? Ja, ach. Ich muss an die Entführte denken. Ja, Alex macht ja nicht so viele Gedanken. Das kriegen wir schon hin. Ach, dann ist sie auch noch schwanger. Hast du die Eltern erreicht? Ja. Das war echt keine schöne Aufgabe. Boah, es war schlimm. Die sind fix und fertig. Ja, ist ja verständlich. Haben Sie eine Lösegeldforderung erhalten? Nichts. Das ist aber komisch. Mhm. Bei den Eltern ist doch gar nichts zu holen. Die sind beide Hartz-IV-Empfänger. Die haben keine Kohle? Überhaupt nicht. Also wenn es nicht um Geld geht. Vielleicht haben wir es ja nie mit einem sexuell motivierten Delikt zu tun. Ja. Oder das Ganze hängt mit der Schwangerschaft zusammen. Wie meinst du das? Die Eltern wissen zwar, dass ihre Tochter schwanger ist. Sie wissen aber nicht, wer der Vater ist. Die Frau hat keinen festen Freund. So. Du glaubst, dass der Kindsvater vielleicht dahinter steckt? Möglich. Ja, möglich ist vieles. Aber vielleicht wissen wir ja mehr, wenn die Spurensicherung im Haus fertig ist. Kollegen, es gibt Neuigkeiten zu dem Wagen, den die Politesse den Führte gesehen hat. Es gibt fünf Personen, die einen Wagen vom richtigen Modell mit der richtigen Farbe haben. Und bei denen das Nummernschild auf drei und vier endet. Och, das ist ja überschaubar. Wird sogar noch überschaubarer. Gegen einen der fünf wurde erst letztens eine Anzeige erstattet. Weswegen? Er hat den Arzt in einem Krankenhaus zusammengeschlagen. Das Kind seiner Frau tot zur Welt kam. Ich besorge eine Streife. Da fangen wir sofort hin. Bitte lassen Sie mich gehen! Ich bin doch schwanger! Hilfe! Hört mich denn keiner! Du kannst so viel schreien, wie du willst. Hier hört dich eh keiner. Nichts. Ich habe alles abgesucht. Der Wagen, den wir suchen, ist nicht hier. Der Typ kann trotzdem da sein. Kollegen, unser Mann hat wahrscheinlich eine Frau entführt und ist eventuell bewaffnet. Also Vorsicht, ja? Bereit? Okay. Ich verstehe das nicht! Was sollt ihr von mir? Dass du die Klappe hältst, dein Geplärre geht mir auf die Nerven! Entweder du isst jetzt oder du wirst wieder geknebelt. Ich gebe euch alles! Alles, was ich habe! Aber bitte lasst mich gewinnen! Halt doch einfach mal die Fresse! Ich habe dich gewarnt. Dann gibt es eben nichts zu essen. Ganz einfach! Dann bleibt mehr für uns! Scheiße! Wer ist das denn? Du bleibst bei hier. Verdammt, glaubst du, das sind Sibolen oder was? Reiß dich zusammen, Mann! Niemand weiß, dass die Alte hier ist! Also! Scheiß dich nicht an! Kopp! 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 Was wollen Sie? Was soll das? Keminarpolizei! Schönen guten Tag! Paket für Herrn Neubauer! Ich habe doch gar nichts bestellt! Ich brauche nur eine Unterschrift! Bitte! Vielen Dank! Wiederschauen! Das Haus ist da, aber keine Geiseln, noch sonst niemand! Scheiße, Mann! Ich will jetzt endlich wissen, was hier los ist! Ganz ruhig! Was soll das geredet mit der Geisel? Warum stimmen Sie in mein Haus? Ich will jetzt sofort meinen Anwalt sprechen! Das können Sie gerne machen! Aber vorher! Vorher erzählen Sie uns, wo diese Frau ist! Was soll das sein? Die kenne ich nicht! Diese Frau wurde heute mit ihrem Fahrzeug entführt! Wie bitte? Ja! Wo ist Ihr Pkw? Das will ich allerdings auch gerne wissen! Ich habe meinen Wagen eben als Gestungen gemeldet! Das stimmt! Der Fahrzeughalter hat sein Auto um kurz vor zwei als gestohlen gemeldet! Als Ihr zu ihm gefahren seid, waren die Daten der Anzeige noch nicht im Computer! Echt! Wenn wir zehn Minuten später losgefahren wären, ja? Hätten wir uns diesen ganzen Aufriss sparen können! Das wird sich ja jetzt nicht mehr ändern! Aber nur weil der Typ den Diebstahl gemeldet hat, heißt das noch lange nicht, dass er unschuldig ist! Tja! Das vielleicht nicht! Aber der Mann hat ein wasserdichtes Alibi! Heute Morgen, als die Politesse die Frau entdeckt hat, da hat er gearbeitet in seiner Werkstatt, nachweislich! Ja und jetzt? Die anderen Fahrzeughalter habe ich ja auch schon alle überprüft! Die haben auch alle ein Alibi! Na Kollegen! Ich war mit der Spurensicherung in der Wohnung der Entführten! Wir haben was Interessantes gefunden! Hier! 25.000 Euro lagen unter Ihrem Bett! Und wir haben noch was gefunden! Die Techniker haben auf ihrem PC E-Mails gefunden! Die standen im Regenkontakt mit einem gewissen Jörg Heder! Hier! Jörg Heder! Machst du's? Yvonne Graul? Ja natürlich! Wie viel springt für mich dabei raus? Jörg Heder, wie besprochen! Aber sobald du jemandem davon erzählst, ist der Deal geplatzt! Der Deal? Vielleicht sind die 25.000 Euro, die du gefunden hast, für diesen Deal gedacht! Gut möglich! Ja, aber warum geht es dabei? Am besten wir fragen Jörg Heder! Er ist der Chef von dem Laden, in dem die Entführte gearbeitet hat! Sagen Sie uns, Herr Maus, die Sie E-Mails hier zu bedeuten haben! Ja, ich hab Yvonne Graul die Filialleitung eines neuen Geschäfts angeboten! Sie wollten eine Kassiererin zur Filialleiterin machen? Warum nicht? Sie hat ausgezeichnete Fähigkeiten und gute Qualifikationen! Aber wieso hat sie dann gekündigt, wenn sie so eine Chance bekommen hätte? Tja, zum Schluss konnten wir uns dann nicht auf das Gehalt einigen! Oh, sie schreibt hier, ja natürlich! Wie viel springt für mich dabei raus? Das heißt, sie wollte es machen! Ja! Wollte sie dann aber doch nicht mehr! Sie wollte sich ganz auf die Schwangerschaft konzentrieren! Kann man ja verstehen! Furchtbar, was da passiert ist! Wir haben in der Wohnung der entführten 25.000 Euro gefunden! Ja, und? Was hab ich damit zu tun? Die Frau schreibt in einer E-Mail an sie, was für sie dabei rausspringt! Deshalb gehen wir davon aus, dass die 25.000 Euro von Ihnen sind! Das ist doch Blödsinn! In der E-Mail ging es ausschließlich um das zukünftige Gehalt von Frau Graul! Hallo, Schatz! Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du Besuch hast! Guten Tag! Ja, wir sind auch gleich fertig! Und man wartet auch schon im Auto auf mich, ja? Alles klar, mach ich! Danke, tschüss! Ihre Frau erwartet ein Kind! Ja! Wie Sie gehört haben, habe ich auch nicht mehr viel Zeit! Gut, aber ein paar Fragen werden Sie uns schon noch beantworten müssen! Wo waren Sie zum Beispiel heute Morgen? Gegen halb zehn? Wann wollen Sie das wissen? Beantworten Sie doch einfach meine Frage! Ja, wir hatten eine geschäftliche Besprechung hier im Haus! Was wollen Sie mir eigentlich unterstellen? Wir unterstellen Ihnen gar nichts! Wir wollen lediglich wissen, worum es in diesen E-Mails ging! Das habe ich Ihnen doch gesagt! Sie schreiben hier in einer Mail, aber sobald du jemandem davon erzählst, ist der dir geplatzt! Hat die Frau jemandem davon erzählt? Wollten Sie sie deswegen loswerden? Das ist Verleumdung! Dr.